Okay So Ah endlich das ist schön oder Endlich sehen ruhig durch die Gegend gleiten Das war irgendwie auch so halt reichner So geil Ein dicke Schraube Oh 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 Lalalala Ach komm schon Geht das nicht weiter? Oh 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 Das kacke zum wegfliegen Egal Es geht nicht besser Ich will es einfach noch machen, gerade weil ich Lust drauf habe Hey, jetzt liegt der besser, glaube ich, oder? Na ja, ne gute Landung war das jetzt nicht, ein guter Flug auch nicht Aber das war ein Flug Das kann mir keiner nehmen Lass mich in Frieden Ah, Nopal Noch irgendwas hier? Nö Ufff, weiter Weg Der Dreckt Mhh Lecker Geflügel, da freut man sich immer drüber Das ist so riesig, der Spieler einfach Ich meine, es gibt ja auch noch die Drachen, ne? Yay, Wildschfleisch Aber mein Aim ist in Ordnung, aber Nicht perfekt, aber relativ on point Ich habe auf etwas anderes gehofft, irgendwie Yay, du hast mich entdeckt Ja, habe ich Ja, kannst gerne wieder gehen Mehr möchte ich nicht von dir Ah, hier ist noch einer Ungewollt Ungewollt Zwei Stück gut genommen Das ist auch gut Das ist auch gut, die mitzunehmen Ich meine Ich muss noch im Metall nachher Oh, Mini Steinies Ich habe euren Papa vorhin vernichtet Ich hoffe, das nehmt ihr mir nicht übel Ich hoffe, das nehmt ihr mir nicht übel Washi, Riako Okay Gehen wir mal rein Jo, Alex, viel Spaß und viel Glück bei vorne Nein, ich drücke die Daumen Ich gehe jetzt eh gleich erstmal AFK So eine viertel Stunde oder so Abendessen Müsste nämlich bald da sein Ich hatte 18 Uhr angegeben Die verspäten sich ja meist eben Ach Vom Winde verweht Awww Ah, okay, einfach Ganz einfach Nicht immer so kompliziert denken Sondern einfach das Logisch zu machen Awww Awww Gehen wir mal Aber Die verspäten sich ja nicht Die verspäten sich ja nicht die verspäten sich ja nicht schaffe ich es noch nicht schade hätte ich eher hin drehen müssen für direkt von anfang an als ziel nicht auf halbem weg oder warte mal okay ich komme hier mal wieder raus easy soldaten zwei händer 20 20 damage tschüss du scheiß keule er damit trotzdem noch eine keule in die hand so fliegen wir noch mal rüber zeichnende bewährung erhalten ja direkt mobben sind fleisch fressig aufgrund ihrer körper massifiere und mengen von fleisch und fleisch verschlingen ach gatt ey lesekünste sind echt on point heute ex die seltsame maske ich krieg grad nebensachen es soll einen gegenstein geben der einem erlaubt sich an einen ort zu führen an dem man ihn platziert hat am steif in der süd arcala naja in den hirule steil ruinen sollen sich aufzeigen befinden die verraten wo sich der schatz befinden aaaaaaah ja verstehe ich das jetzt ex diese ex truhe die ich hatte das ist alles die sache von dem zusatz okay essen ist bei mir jetzt angekommen leute ich bin jetzt erstmal essen bis gleich die die den am die 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 Vielen Dank.